Ich war vor zwei Monaten erinnert und er hat uns nicht eingeladen. Ist seine Sache? Warum denn nicht? Ist er verpflichtet? Ist er nicht verpflichtet? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und ich habe auch nicht gesagt, du musst nicht da unten reden. Warum denn? Warum soll ich das tun? Warum? 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 Ist er freiwillig Respekt? Freiwillig Respekt.